Moin moin, so jetzt geht es wieder weiter mit Cap-Tress 2 Wahrscheinlich die letzte, der letzte Part Deswegen einfach mal anschneiden und genießen Level 85, wir haben es ein bisschen übertrieben Meine Könige, ich weiß, ich werde euch von Alyos nicht wieder verlocken lassen Zusammen können wir uns mit 2 alles erreichen Das Auge der Ewigkeit Ich warte, meine Kleinen Und wir haben hier immer noch 2, ähm, im Bums Höhlen So denken, dass von allen den Zeitstrahl dieser ganz große Potential hat Ich habe eine Ewigkeit nach einer Macht gesucht, die mir ewig ist Und so viele fehlgeschlagene Versuche habt ihr, meine Kleine Zeit, wie sie macht Also kommt auf meiner Seite und zusammen bringen wir den ewigen Frieden Fertig 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 Egal Fertig 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 Ja, das Schlimmste ist vorbei, außer ein paar zu erledigen Dinge, der Krieg sollte ja bald beendet sein. Ich denke, es ist auch an irgendeiner Zeit, da haben wir uns auch alles begangen, okay? Haben wir jetzt hier immer noch eine Schussel? Rehe? Da ist Hato. Welcher Umwurf noch in Hato? Wer will das König hat aufleveln? Weißt du, der ist nur Level 1. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke, ich bin okay. So, speichern, gespeichert. Ich denke, ich bin okay. 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 Ich bin okay.